Ich bin Pascal, ich schaffe aus Medium. Das Medium ist ein Vermittler zwischen den verstorbenen und noch lebenden Personen. Ich gebe Botschaften von der Geistigwelt weiter an noch lebende Personen. Ich bin sehr dankbar für mein Talent und möchte es heute auch nutzen, damit auch andere an ein Leben nach dem Tod glauben oder die Heilung erfahren können, damit auch die Hinterbliebenen Ruhe, Frieden und Trost für ihr weiteres Leben finden. Musik 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 Musik